Guten Morgen, ihr Lieben. Vor zwei Monaten habe ich bei der Mail vom Klaus gedacht, ach wie schön, was für ein wundervolles Thema. Tolle Predigtreihe, ein Blick ins Schaufenster, was Gott im Angebot hat, 13. März, Micky Wiese, Gnade und Barmherzigkeit. Mal nicht so was Schwieriges, wie ich es sonst immer zugeteilt bekomme. Und dann brach der Krieg aus. Ich war von der Nachricht am Donnerstag vor zwei Wochen wie so viele andere total geschockt und völlig aus der Bahn geworfen. Ich saß vor dem Fernseher und wollte es einfach nicht glauben. Ich habe geweint und mit tiefen Seufzern gebetet, ich konnte gar keinen klaren Gedanken fassen und mir fällt das bis heute schwer. Immer wenn ich die Landschaften und die Häuser, die Straßen, die Menschen sehe, dann kommen die ganzen Erinnerungen in mir hoch, wie ich selbst dort Mitte der 90er Jahre stand und 10.000 Bibeln an Jugendlichen in der Ukraine verteilt habe. Ich habe den ukrainischen Jugendlichen das Evangelium gepredigt. Und jetzt werden die meisten von diesen 10.000, die mir damals zugehört haben, entweder auf der Flucht sein oder sterben. Da erschien es mir, da erschien mir die Vorstellung über ein Loblied auf den gütigen und verzeihenden Gott zu predigen plötzlich schwerer. Mindestens aber so skurril wie der Münsteraner Tatort vom letzten Sonntag. Psalm 103, Vers 8 war ja als Predigtext vorgeschlagen. Barmherzig und gnädig ist der Herr, groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe. Aber hat Gott das heute auch noch im Angebot? Hat er es auf den Fluchtrouten und in den zerbombten Häusern in der Ukraine im Angebot? Und wenn ja, wie hatte er es dort im Angebot? Dem habe ich versucht nachzuspüren. Es kann ja nicht einfach nur ein nettes theologisches Kaffeekränzchen sein, was wir hier in den Gottesdiensten besprechen. Sondern was Gott im Angebot hat, das muss sich doch auch im Alltag in und unter allen Umständen bewähren. Ja, ich glaube ganz fest, dass Barmherzigkeit und Gnade immer noch in Gottes Schaufenster liegen und zwar an prominenter Stelle und nicht bei den Ladenhütern oder in der Ramsch-Ecke, in der Ausverkauf-Ecke. Es fällt in diesen Tagen nur einfach nur viel schwerer darüber zu reden, es anzupreisen. Und man ist vielleicht sogar auch irgendwie misstrauischer, wenn es darum geht, zuzugreifen. Aber genau das soll man tun. Zugreifen. Denn es gilt hier wie bei allen anderen Dingen in Gottes Schaufenster auch. Es gilt die gute alte lutherische Schaufensterregel. Es geht beim Glauben nicht um ein Fürwahrhalten der christlichen Lehren. Sondern es geht um ein Vertrauen darauf, dass alles, was um Jesus herum geschehen ist, für mich persönlich geschehen ist und mich im Leben und im Sterben tragen kann. Diese wunderbare Schaufensterregel hat Martin Luther in seiner Magnificat-Auslegung niedergeschrieben. Und er schreibt da, nun kann es nur dann geschehen, dass jemand erschrickt oder sich angesichts der großen Taten Gottes tröstet, wenn er nicht allein glaubt, Gott kann und weiß große Taten zu tun. Sondern er muss auch glauben, dass er so tun will und eine Vorliebe hat, solches zu tun. Ja, es ist auch nicht genug, dass du glaubst, er wolle mit anderen und nicht mit dir große Taten tun und dich somit auf diese Weise von solcher göttlichen Tat ausnehmen, wie die tun, welche Gott nicht fürchten, solange sie mächtig sind und kleinmütig verzagen, wenn sie in Drangsal kommen. Denn solcher Glaube ist nichts und ganz tot, gleich einem Wahn von einem Märchen empfangen. Du musst dir vielmehr ohne alles wanken und ohne alles Zweifeln seinen Willen über dich vor Augen stellen, sodass du fest glaubst, er wird und will auch mit dir große Dinge tun. Dieser Glaube allein lebt und bewegt sich. Er dringt durch und verändert den ganzen Menschen. Es geht also darum, nicht nur staunend vor dem Schaufenster stehen zu bleiben, sondern es geht darum, in den Laden reinzugehen, Gnade und Barmherzigkeit zu kaufen, mit nach Hause zu nehmen und anzuwenden. Treten wir also ein. Was hat es mit Gnade und Barmherzigkeit im Einzelnen auf sich? Und ich hoffe, ich kann euch heute Morgen ein paar hilfreiche und ermutigende Gedanken zur Bedeutung von Gnade und Barmherzigkeit im Angesicht der Pandemie und des Kriegs mitgeben. Gnade ist das Zentrum, es ist der Kern, es ist das Wesen von allem, was vom Kreuz herkommt. Die Definition von Gnade ist die Überwindung einer Machtdistanz zwischen Starken und Schwachen durch die Initiative des Stärkeren. Gnade ist darum in uns drin, seit unserem Erstkontakt mit Gott. Und sie will in uns kein Ausstellungsstück in unserem persönlichen Schaufenster sein, sondern sie will sich in uns auswirken. Auf Griechisch heißt Gnade Charis. Und alle Wörter der griechischen Wurzel Char bezeichnen etwas, das Wohlbehagen erzeugt. Und ich sage das immer ganz gerne, wenn ich über die Charismen predige. Charar heißt Freude, Charis die Gnade. Und wenn jetzt zu Charis noch die Silbe Ma dazukommt, das ist so eine griechische Nachsilbe, die einfach Wirkung bedeutet, so wie bei Trauma, Asthma, Dogma, Aroma und so weiter und so weiter. Dann haben wir eben das Wort Charisma. Und das bedeutet wohltuende Auswirkungen der Gnade. Es geht also auch bei der Gnade, so wie Luther es beim Glauben gesagt hat, darum, dass eine Wirkung erzeugt wird. Gnade muss nicht für wahrgehalten oder gar erarbeitet werden, sondern es ist das innerste Wesen der Gnade, dass sie in und unter allen Umständen in uns wirkt. Unser ganzes Christenleben ist von Anfang bis Ende eine einzige Auswirkung der Gnade, weil unser Christsein eben allein in dem endgültigen und unverdienten Freispruch durch das Kreuz Jesu wurzelt. So wie es in Römer 5, Vers 2 heißt, Christus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade geschenkt, in der wir uns befinden. Und wir sehen voller Freude der Herrlichkeit Gottes entgegen. Gnade hat also auch etwas mit Hoffnung zu tun und hat die Wirkung, dass wir durch den Horizont der aktuellen bedrängenden Umstände hindurchschauen können. So hat Stephanus zum Beispiel den Himmel offen stehen sehen, während die Steine auf seinen Körper auftrafen, was hoffentlich einen optisomatischen schmerzlindernden Effekt hatte. Stephanus erlebte Gnade, aber ihre Auswirkung war für ihn kein darauf folgendes wundersames, übernatürliches Happy End hier auf Erden, sondern er ging in den größeren Zusammenhang der himmlischen Heimat der Menschen über. Das heißt, in diesem Fall hat die Gnade auf diese Weise die Gottesferne überwunden. Gnade überwindet grundsätzlich eine Distanz, aber eben auf ganz unterschiedliche Weisen. Nicht immer so, wie wir es gerne hätten oder wie wir es für gerecht halten würden. Und auch bei der Barmherzigkeit geht es darum, Getrenntes zu verbinden, Hindernisse zu überwinden und dann neben den Menschen zu stehen, was auch immer passiert und mitzuleiden. Barmherzigkeit ist die Versicherung von Gottes Gegenwart mitten im brennenden Alltag. Barmherzigkeit meint nicht nur irgendetwas, was wir tun, meint nicht nur eine Solidarisierung mit den Leidenden, sondern meint ein regelrechtes Mitleiden. Barmherzigkeit beugt sich nicht herab, sondern steht Seite an Seite. Und diese Form des Mitfühlens kümmert sich dabei ebenfalls nicht um das, was als gutes Recht gilt. Gott wendet sich gütig und barmherzig auch den Ungütigen und Bösen zu, weil alle Menschen auf allen Seiten diese Zuwendung brauchen. Barmherzigkeit und Gnade sind genuine Eigenschaften des Wesens Gottes, auf die wir im übrigen immer dann hinweisen, wenn wir dann eben selber in unserem Handeln barmherzig sind, so wie unser Vater im Himmel barmherzig ist, wie es ja in der letzten Jahreslosung hieß. Und diese Dimension gerät ja doch leicht in Vergessenheit, wenn es uns gut geht. Denn es liegt im Wesen einer auf technologischen Fortschritt und Leistung aufgebauten Gesellschaft, dass sie sich für unverwundbar hält. Aber eben schon in der Pandemie hat, die Pandemie hat uns auf unsere Verletzlichkeit aufmerksam gemacht und erst recht nun der fürchterliche Krieg in unserer direkten Nachbarschaft. In diesem Sinne also ist der Herr gnädig und barmherzig. Groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe. Psalm 103, Vers 8. Vermutlich gehört der Psalm 103 zu den Jüngeren der Psalmen, sagen einige Theologen. Als er gebetet wurde, da gab es keinen Staat Israel mehr. Auch die Zerstörung lag schon einige Jahrhunderte zurück. Selbst das babylonische Exil war schon wieder Vergangenheit. Und die Erfahrung der Beter war, die Reiche der Welt kommen und gehen auch wieder. Aber das Volk Gottes hat es überlebt, wenn auch mit Einschränkungen. Und die dankbare Erinnerung an die einzige Befreiung setzt nun Hoffnung auf immer wieder neue Befreiungserfahrungen frei. Mit seiner beruhigenden Aussage wendet sich Psalm 103, Vers 8, also dem einzelnen Menschen in seiner aktuellen Gegenwart zu und sagt, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und dieses Gedenken an die guten Taten Gottes hat heilende Kraft, indem einstige Heilung vergegenwärtigt wird und noch einmal durchlebt wird. Es hat heilende Kraft, weil es eben so ist, wie der Philosoph Kierkegaard einmal gesagt hat, wir können das Leben nur rückwärts verstehen, aber wir müssen es vorwärts leben. Jetzt leben wir, jetzt gehen wir nach vorne und wir wissen eben nicht, was kommt. Wir haben vielleicht Angst. Wir erleben, wie Leben auch leiden bedeutet, Trennung, Unruhe. Biblisch gesprochen erleben wir in solchen Zeiten die Sünde, die Auswirkungen des Getrenntseins von Gott aus dem Paradies verbannt. Doch wenn wir dann anfangen zu loben, wenn wir nicht vergessen, was Gott uns Gutes getan hat, dann erinnern wir uns an unsere himmlische Heimat oder lassen uns daran erinnern. Die Gnade wirkt sich dann so aus, dass sie die Distanz zwischen Gegenwart und Erinnerung überwindet. Und das Heil wird uns gegenwärtig und verfügbar für die anstehenden Herausforderungen. Darum betet man den Psalm 103 vielleicht auch eher nach einer überwundenen Krise, um sich auf die nächste vorzubereiten. Aber was der Psalm im Schaufenster Gottes beleuchtet, nämlich Barmherzigkeit und Gnade, das gehört auch zum Survival-Paket mitten in jeder herausfordernden Situation. Und deswegen will ich heute Morgen mitten hinein in die Erfahrung von Gewalt und Zerstörung, Gnade und Barmherzigkeit noch mit ein paar anderen Versen beleuchten. Es sind Verse aus den Klageliedern Jeremias. Verse voller Hoffnung und Zuversicht, die kaum erahnen lassen, in welcher Situation sie entstanden sind, wenn man sie nur alleine für sich genommen hört. Klagelieder 3. Die Gnade des Herrn ist nicht zu Ende. Ja, seine Barmherzigkeit hört nicht auf. Sein Erbarmen ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Mein Anteil ist Gott, sagt meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Gut ist der Herr zu denen, die auf ihn harren, zu der Seele, die nach ihm fragt. Es ist gut, dass man schweigend hofft auf die Rettung des Herrn. Denn nicht für ewig verstößt der Herr, sondern wenn er betrübt hat, erbarmt er sich nach der Fülle seiner Gnaden erweise. Ein Bibeltext voller Hoffnung und Zuversicht. Ein Text, der uns Bilder vor Augen malt, die Mut machen, dass wir nicht gar aus sind, dass es noch nicht ganz zu Ende ist mit uns. Wer vermutet, dahinter schon Tote, Gefangene und Deportierte. Oder eben, der Herr verstößt nicht ewig. Das ist doch gut. Doch das, was Menschen davor erlebten, in der Zeit, in der die Klagelieder gesungen wurden, das war für sie ein Stück Hölle auf Erden. Jerusalem war zerstört. Die Klagen über das Unfassbare im Buch der Klagelieder erinnern uns immer wieder an die Bilder von heute. Von Kriegsgefangenschaft ist die Rede, von wohlhabenden Menschen, die zu Bettlern werden. Kinder sterben vor Hunger oder werden von den Müttern gegessen, damit diese ihr Leben retten. Frauen werden vergewaltigt. Der historische Hintergrund ist folgender. Von 588 bis 586 vor Christus gelang es dem babylonischen Heer, die Verteidigung Jerusalems systematisch zu durchbrechen. Judas ursprüngliche Begeisterung nach seiner Rebellion gegen Babylon wich einem Gefühl der Unsicherheit und Furcht. Ägypten, sein Verbündeter, hatte eine militärische Niederlage hinnehmen müssen, als es vergeblich versucht hatte, Judah vor dem Zugriff der Babylonier zu befreien. Eine jüdische Stadt nach der anderen wurde erobert, bis nur noch Jerusalem den babylonischen Herrschern Widerstand entgegensetzte. Innerhalb der Stadt ließ der immer enger werdende babylonische Belagerungsring die gesellschaftlichen Strukturen und Normen zerbrechen. Mütter aßen ihre eigenen Kinder, der Götzendienst florierte, denn die Menschen schrien zu jedem ihnen nur bekannten Gott um Hilfe. Andere Menschen wurden vom Wahnsinn erfasst. Schließlich wollten sie sogar den Propheten Gottes als Verräter und Spionen töten, nur weil er die Wahrheit verkündete. Die lange Belagerung endete ganz plötzlich am 18. Juli 586 v. Chr. Die Mauern wurden durchbrochen und das babylonische Heer drang in die Stadt ein. König Zedekiah und die übrig gebliebenen Männer seiner Armee versuchten zu fliehen, wurden aber gefangen genommen. Mehrere Wochen dauerte es, bis Nebukadnezar die Stadt von Widerstandskämpfern gesäubert und alles Wertvolle geraubt hatte. Aber am 14. August 586 v. Chr. war auch diese Aufgabe erfüllt und die Zerstörung der Stadt begann. Die babylonischen Truppen verbrannten den Tempel, den Königspalast und alle größeren Gebäude der Stadt und rissen die Mauern, die ihr Schutz geboten hatten, nieder. Als die Babylonier schließlich nach einigen Wochen ihr Zerstörungswerk vollendet hatten und mit ihren Gefangenen abgezogen waren, ließen sie nur Ruinen, wertloses Gerümpel und gebrochene, verzweifelte Menschen zurück. Der Prophet Jeremia steht in den Trümmern und weint. Und dann erinnert er sich und die Überlebenden an die Gnade, die Güte des Herrn. Es ist Gnade Gottes, dass wir nicht komplett zerstört sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle morgen neu und seine Treue ist groß. Jeremia sagt den Menschen, die Schönheit Jerusalems und die Heiligkeit des Tempels sind zwar dahin, doch Gott selbst ist noch da. Mitten in diesem Chaos steht er an unserer Seite und leidet mit uns. Aber das ist eine dunkle Seite Gottes, eine uns fremde, abgewandte Seite, die auch Gewalt und Zerstörung einmal zulassen kann. Und wir verstehen diese Seite Gottes nicht. Hast du uns denn ganz verworfen und bist du allzu sehr über uns erzürnt, fragt Jeremia fast ängstlich am Schluss der Klagelieder. Diese letzte Klage vor Gott aus dem fünften Kapitel der Klagelieder hält uns Menschen dann einen Spiegel vor und fragt in unser Chaos hinein zurück, wo habt ihr Unrecht begangen? Wo habt ihr das Recht eures Nächsten gebeugt? Wo habt ihr Gott nicht in eure Lebensplanung mit einbezogen? Haben wir zu sehr versucht, das komplexe System Welt alleine, ohne Gott in den Griff zu bekommen und dabei Schiffbruch erlitten? Und doch ist Gott barmherzig. Das heißt, er ist mitten in jedem Chaos anwesend, weil er sich wieder mit uns versöhnen will. Deswegen steht der Prophet Jeremia mitten im Chaos und erinnert uns die Überlebenden daran, dass es eine Auswirkung von Gnade und Barmherzigkeit des Herrn ist, dass es noch nicht ganz aus mit uns ist. Ein Lichtblick in der Finsternis der Gottesferne oder wie das das altdeutsche Wort bezeichnet, der Sünde. Die Klagen verhallen nicht im zerstörten Jerusalem, sondern Gott hört sie. Die Tränen auf der verbrannten Erde lassen neue Hoffnung wachsen. Vor die Bilder des Schreckens schieben sich Bilder der Güte und Barmherzigkeit. Gnade überwindet die Distanz zwischen dem aktuellen Erlebten und der Hoffnung der Zukunft. Bilder tauchen auf, tief in der Erinnerung eingelagert, um sie hervorzuholen, wenn das Leben so grausam ist. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht ganz zerstört sind. Und in der Erinnerung leuchtet der Regenbogen über Noah und seiner Familie, die Gott gerettet hat, durch die Sintflut hindurch, um mit ihnen und den Tieren der Arche einen Neuanfang zu wagen. Die Farben des Regenbogens strahlen auf über dem Grau und der Asche des verwüsteten Jerusalems. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern ist alle morgen neu. Und in der Erinnerung strahlt der Greise Abraham über sein ganzes Gesicht, als er seinen Sohn Isaac in den Händen hält, auf den er jahrzehntelang gewartet hat, hoffnungslose Jahre. Und doch ist er Gott treu geblieben. Und Gott malte ihm jeden Abend durch die Sterne am Himmel und tagsüber durch die Sandkörner zu seinen Füßen. Ein Bild von der Verheißung vieler Kinder vor Augen und so schaffte Abraham es durchzuhalten. Es ist ein köstlich Ding, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu hoffen. Und die Erinnerung geht zurück nach Ägypten, in die Zeit der Sklaverei, in die Zeit der Geduld. Wie hart sind sie dort doch geprüft worden, die Kinder Israels. Doch ihre Hoffnung blieb und sie wurden nicht enttäuscht, denn Gott brachte Hilfe. Er befreite sein Volk und Mose führte es heraus aus der Knechtschaft in die Freiheit der Kinder Gottes. Und das Bild des geteilten Meeres, durch das das Volk Gottes sicher zieht und alle Schrecken der Vergangenheit unter sich begräbt, schiebt sich vor die Hoffnungslosigkeit der klagenden und geschlagenen Israeliten. Gott erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. So wie er es früher getan hat, so wird er es wieder tun. Und wir brauchen diese Bilder der Hoffnung, solche Bilder des Heils. Wir brauchen nicht einfach nur Bilder einer heilen Welt, sondern wir brauchen Bilder, die uns zeigen, wie Gott die Welt heil macht. Die Bilder der Zerstörung und Verwüstung sind dann zwar noch nicht ausgelöscht, aber sie sind blasser geworden. Sie verlieren ihre Kraft. Die verwundeten Seelen können wieder aufatmen. Und auf jeden Fall gehört zu diesen Bildern für uns grundlegend das Bild des gekreuzigten Christus. Das Datum seines Lebens und Sterbens hat sich tiefer eingebrannt in unsere Welt als alle Pandemie und Kriegsausbrüche. Seit Jesus Christus teilt sich die Zeit in vor oder nach seiner Geburt. Seit dieser Stunde Null in der Weltgeschichte wissen wir, dass Gott auch im Leiden und Sterben die Welt nicht allein lässt. Er ist der gerechte Gott, der seinen eigenen Zorn aushält und die gerechte Strafe für uns selbst trägt. Ein neues, das ist ein neues, ein ganz anderes Bild der Liebe, Gnade und Barmherzigkeit, das sich da vor unsere Augen schiebt. Und zu den Erinnerungen und Klagen so vieler Menschen von Jerusalem bis Kiew fügt sich das Bild des leidenden Christus, der mit uns leidet, der für uns leidet. Und mit der Auferstehung schließlich malt Gott uns ein für allemal ein herrlich strahlendes Bild der Hoffnung vor Augen. Ein Bild, das die Bilder von Trauer und Leid überdecken wird, mehr und mehr in unserem Alter und dann in Gottes Ewigkeit. Wir sehen sein Kreuz an und wir wissen, er ist bei uns. Wir sehen seine Auferstehung und wissen, er holt uns hier raus. Und wenn wir diese Herrlichkeit anschauen, dann hat das eine Auswirkung in unserem Leben in und unter allen Umständen. Dann werden wir verwandelt in sein Ebenbild. In diesem Sinne hat Christus uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade geschenkt, in der wir uns befinden und wir sehen voller Freude der Herrlichkeit Gottes entgegen. Die Bilder von Gottes Herrlichkeit von Gnade und Barmherzigkeit im Schaufenster Gottes erinnern uns daran, dass es noch nicht ganz aus ist mit uns, sondern dass es noch Gnadenerweise Gottes gibt, die auf uns warten. Auch wenn uns die Bilder des Alltags oftmals ganz andere Nachrichten vermitteln, Gottes Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Weder damals, als die Israeliten ihre Klagelieder anstimmten, noch heute, wenn wir Grund zum Klagen haben. Allerdings bei der Flut an negativen Bildern, die unsere Hoffnung Tag für Tag torpedieren, brauchen wir auf alle Fälle mehr und stärkere positive Bilder, um ein Gegengewicht aufzubauen. Da langt es nicht nur manchmal an einem Sonntagmorgen im Gottesdienst Bilder von Gottes Gnade und Barmherzigkeit anzuschauen. Die Bilder, die Gott uns schenkt, wollen uns täglich prägen. Gnade und Barmherzigkeit sind Wirkungen, Auswirkungen auf uns und in uns für jeden Tag. Die grundlegende Wirkung der Gnade ist, dass Gott die Kluft der Gottesferne in jedem Augenblick überwindet. Und die Barmherzigkeit ist die Versicherung seiner Gegenwart mitten im brennenden Alltag. Wir können nichts dafür tun, dass Gnade und Barmherzigkeit in uns wirksam werden und zum Ziel kommen. Das ist das Geschenk, das Gott uns macht. Aber wenn sie sich erst einmal in uns ausgewirkt haben, dann können wir sie auch nachahmen. Geh also nicht am Schaufenster Gottes vorbei und sag, ach, wie wunderschön sind doch Gnade und Barmherzigkeit. Vielleicht kaufe ich sie nach der Krise. Sondern geh in den Laden rein und hol sie dir jetzt. Amen.